Was geht mir, liebe Freunde? Willkommen jetzt schon zur zweiten Folge von 1.2.1. Ich habe ja gesagt, ihr sollt mir fleißig Kids in die Kommentare schreiben, das habt ihr auch gemacht. Und ich habe mir jetzt mal etwas rausgesucht, nämlich vom Fila-Craft-LP. Nimm mal bitte Eisenrüstung mit einem Steinschwert und Bogen mit Infinity wäre nice. Ja, das habe ich jetzt mal gemacht, wie ihr seht. Also ein Steinschmert, ein Bogen mit Unendlichkeit und ein Pfeil. Okay, natürlich. Und Eisenrüstung. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt in-game. Bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir schon in der Runde. Ähm, ach der Will... Ach, scheiß Bogenkampf, ey. Ich bin da nicht so gut drin, wie man sieht. Ich habe da nicht so eine Skills. Komm, du verschanzt dich in die Höhle. Was ist das hier? Oh nein, er hat uns, hat uns, hat uns, hat uns. Oh, oh. Ja, da haben wir ihn. Mit einem halben Herz. Okay, meine Freunde, dann ab in die nächste Runde. So, meine Freunde, nächste Runde. Ach, der will einen Schwertkampf. Gut. Das kann ich auch. Ja, da haben wir ihn. Bis gleich. So, neue Runde. Ach, der will... Ach man, immer die mit ihren Bogen kämpfen. Ja, da haben wir ihn. Bis zur nächsten Runde. So, meine Freunde, ich würde sagen, dass ihr erst mal die vorletzte Runde für heute... Ach, Bogenkämpfe. Schon wieder. Komm. Put, 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 put. Oh, oh, oh. Der hat auf uns eingeprügelt. So, mein Lieben, Freunde, ich würde sagen, dass ich erst mal die letzte Runde für heute... Ah, komm. Oh, der leckt gerade ein wenig rum. Was ist denn bei dem los? Oh. Das war jetzt nicht so schön. Ich wollte eigentlich normal gegen ihn kämpfen, aber irgendwie hat er gerade etwas rumgeleckt. Naja, was soll man machen? Ich würde mich jetzt erst mal verabschieden wieder und es hat mir heute wieder Spaß gemacht und ich wollte mich nochmal bedanken bei FeelerCraftLP für das schöne Kit. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Runde. Ciao.